Ja, also man kann noch etwas tun, ehrlich gesagt, alles andere wäre ja eine Kapitulationserklärung und der will ich nicht zustimmen und ich finde, der sollten wir nicht zustimmen. Ich will es dir vielleicht einfach mal emotional klar machen, im Januar bin ich Opa geworden, also mein Enkel, der heißt Emil, ist im Januar geboren und der hat mir noch einmal etwas ins Bewusstsein gebracht, denn rein statistisch ist es so, dass Emil vermutlich das 22. Jahrhundert erleben wird, also wenn er rein rechnerisch 80 wird, dann sind wir im Jahr 2100 und das macht etwas klar, nämlich, dass bei der gesamten Debatte es hier auch um eine gelebte Zukunft geht. Also momentan, gerade in der Klimadebatte, gibt es viele, die schieben irgendetwas in eine diffuse Zukunft, wo die vielleicht selber gar nicht mehr leben. Wir haben das erlebt mit vielen konkreten Themen, Ausstieg aus, der Braunkohle, Veränderung der Mobilität und so weiter. Und das ändert sich total in dem Moment, wo man selber einen Menschen in Händen hält, wo man weiß, das wird seine Welt sein. Und ich finde, dieses Stück Verantwortung, das macht sich bemerkbar. Also insofern, da müssen wir was tun. Und der zweite Aspekt ist, wir können auch was tun. Und da nehme ich immer als Beispiel die Corona-Krise. Denn wenn wir uns die Situation mal vor Augen halten, die wir momentan erleben, vor einem Jahr hätten wir wahrscheinlich alle den Kopf gestillen und gesagt, das geht ja gar nicht, das ist unmöglich. Aber es zeigt, dass eine Krise sehr schnell zu einer Verhaltensänderung führen kann. Und was ich mir manchmal zumindest im Traum wünsche, ist, dass wir mit einer ähnlichen Intensität das Klimathema angehen würden. Denn wir merken ja, wir Menschen schaffen das, eine Gesellschaft schafft das. Und dann im Grunde genommen die Stellschrauben mit dieser fast Radikalität setzen. Das, glaube ich, zeigt einem, oder Corona zeigt einem, das ist möglich. Und ich glaube, von daher, diese Ausreden, die wir immer haben, zu sagen, na ja, müsste man, aber es dauert dann immer, werden durch diese beiden Faktoren, also Emils Welt auf der einen Seite und auf der anderen Seite unserer Fähigkeit, schnell auch auf Dinge zu reagieren, und zwar global, eigentlich eher bestärkt. Wenn alles aufstellung, dann Kapeln hat er rechtinsky上estellt. Wenn alle Faktoren, dann wam die Faktoren, in der fetten, die wir selbst Geklozin in den Geklozin unterbinden. Und dann werde dir das noch Mai ab. Also, diesen Faktoren-Dienstと studies learned auf der Frage, vor allem nicht, wenn es nur unsere Faktoren in den Geklozin. Und jetzt auf diese confirmaßen,